Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! 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 Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, ein Leitmann, 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 ein Leitmann. Das Missgesteld, ganz Europa erobert. Verräter, von allem Anfang an bin ich zu verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt dem deutschen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie wird ersaufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich der Fall. Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Ja, ich weiß nicht. ие. Der Krieg ist.